Der Abschluss des heutigen Konzertabends macht die kleine Dreigroschenmusik von Kurt Weil. Ein Popperi aus den beliebtesten und bekanntesten Melodien der Dreigroschenopere. Ein sozialkritisches Theaterstück von Bertolt Brecht. Falls Ihnen der Konzertabend und das Stück gefallen hat und Sie möchten gerne mehr über das Orchester erfahren, dann besuchen Sie doch die Homepage sswo.ch. Und falls Sie unsere Rückmeldung geben, auch zu den einzelnen Kompositionen, dann dürfen Sie das gerne in der Kommentarspalte machen. Jetzt entlassen wir Sie in die Welt der Räuber und Ganova mit dem Swiss Symphonic Wind Orchestra und einer Leitung von Nicky Wüttrich. Musik 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 Das war's. 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 Das war's.